Heute haben wir ein Kid am Start, was sogar die Welt verändern könnte. Nämlich habe ich mir hier das Wolfsjungen-Kid ausgewählt. Dieses Kid kostet 5000 Coins und am Start haben wir hier 32 Knochen und 6 Wolfseier. Also ich denke mal, wir müssten diese Wölfe jetzt platzieren. Oh fuck! Scheiße! Fuck! Ja, das haben wir jetzt nicht so gut hinbekommen. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass wir die Gay-Look-Brille noch nicht anhatten. Aktiviere dich, Brille! Okay, jetzt muss es klappen. Folgt mir meine Hunde! Benjamin, komm her! Was sind das für scheiß Hunde? Jetzt mal im Ernst! Also Leute, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, auf was ihr so für Kids Bock hättet. Wir bauen uns jetzt sofort rüber. Okay, folgt mir! Was sind das für minderwertige Hunde? Hey, das ist gerade richtig arm. Was sind das für Hunde? Was ist das für ein scheiß Kid überhaupt? Also ich will jetzt nicht sagen, dass das Kid extrem scheiße ist. Ist es aber. Also zumindest kann ich nicht so gut damit spielen. Ein neuer Versuch. Wir machen das jetzt so. Erstmal erfahre ich mir hier ganz hartnäckig dieses Equipment. Und platziere dann gemütlich die Wolfseier. Da haben wir es. Okay, der baut sich zu uns. Wir gehen jetzt in die Höhle rein. Freunde, kommt doch runter, verdammt doch mal! Hey, die Hunde sind so scheiße einfach. Die können nichts. Der baut sich von oben rüber. Okay, meine Wölfe werden mich beschützen. Und spring runter, Bro. Fuck! Mann! Wenn wir nicht gewinnen können, müssen wir aufrüsten. Mit dieser Brille werde ich jeden vernichten. Die ist ein bisschen zu eng, merke ich gerade. Also ich habe mir jetzt eine Strategie überlegt, die wirklich genial ist. Denn diese Strategie erfordert Kraft, Liebe, Sexualität. Aber am meisten erfordert diese Strategie Liebe. Kommt, meine Wölfe, liebt mich! Was ist das für ein Scheiß? Wow, wir haben eine Enderperle bekommen. Okay, wir machen das so. Wir gehen jetzt in die Mitte. Okay. Check this. Check! Yeah! plin. Wow!